Eine der Geschichten, die man sich über die goldene Stadt erzählt, ist jene von einer goldenen Säule inmitten der Stadt, die jeden Menschen, der sie berührt, in einen Vogel verwandelt. So ist es immer, wenn er ganz nahe ist. Wahrscheinlich ist der Junge so alt wie Sie, vielleicht ein bisschen jünger. Elf oder zwölf Jahre alt. Ein Gesicht wie ein Fuchs und er ist so lach und dünn wie Schilfgras. Ein Monsum zog über die Wälder dahin und Kara blut bei Marek und seinem Panzer. Drei oder vier Tage lebend ist. So lange wir zusammen sind, bist du in Sicherheit. Das hier ist ein guter Ort. Keiner wagt sich da alleine rein. Da kannst du nicht einfach rein spazieren. Du würdest nicht wieder hinauskommen, glaub mir. Dann geh ich eben alleine. Was hab ich dir getan? Ich glaub, das regnet gleich. Jochenalf Tuneu. Jochenalf Tuneuf. Jaso-Tuneu. Zwits disability.